Jo! Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute lernen wir den 180, also 180 Grad Um einen 180 zu machen, müsst ihr zuerst den Beinhaupt beherrschen. Dafür könnt ihr das Video schauen, das wir gestern gemacht haben. Sonst ist es ganz einfach. Für den 180 braucht ihr erstmal das hier, müsst ihr euch erstmal auf dem Hinterrad drehen können. Danach ist es ganz einfach. Ihr springt, im Sprung dreht ihr euch und dann landet ihr. Das ist der 180. Man kann den 180 auch dafür benutzen, um von Gegenständen runterzuspielen. Jetzt hier mal eine sehen. Aber man kann ja auch natürlich aufsprechen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Lasst es leichter und kommt morgen, um noch einen Trick zu lernen. Bye! Film 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 Untertitelung des ZDF, 2020